Die Sendung wurde live untertitelt. Boah, schweißgebadet. Dann bist du ja bei mir. Karotze mit dem C, mit dem Cowboy. Haha. Bist du echt bei mir? Ja. Du bist schon nach vorne gerannt. Ich seh das doch. Ich bin ein Cowboy, ein Roader. Du bist der König. Ich geh zurück. Oh oh. Sag das doch. Okay. Ja, Leute. Wir sind bei Cowboy-Indianer. Einer meiner Lieblingsspiele. Den EM Master hab ich auch dabei. Der spielt das auch ganz gut. Ist ja so ein bisschen mit PvP gedacht. Oh ja. Am besten versteck ich mich mal hier drin. Das sieht so ein bisschen aus, dass ich wie Killaurer kämpfe. Echt? Ja, das sieht schon so aus. Zu mir haben sie neulich gesagt im Spiel, oh Hacker, weil ich gewonnen hab und alle umgenietet. So, ja. Alle schreiben dann zu mir Hacker, weil sie denken, dass ich Killaurer hab. Da hinten sehe ich Gelbe. Alter, schon wieder hab ich einen gekillt. Ja, ich seh da die Gelben da hinten. Ich geh mal lieber hier oben drauf. Oh, ich hab einfach mal jemanden getroffen. Dann kann ich auch von da hier rüber springen. Jawoll. Okay. Der König von den Gelben laggt richtig. Geh weg. Nötig dich mit dem Bogen. Der ist ja durchsichtig. Ja, unsichtbare Leute. Ja. Und jetzt bin ich hinter den Gelben und jetzt kill ich ihn. Hahaha. Von hin. Ja, mich können sie gar nicht krieg ich. Die ganzen roten Fasern um mich rum hier. Hey Leute, können wir ein bisschen weggehen? Die schubsen mich ja gleich schon. Hä? Die können dich gar nicht schubsen. Ne, aber das nervt, wenn sie die sehen. Ich seh ja gar nichts. Ich will ja auch schießen. Ich hab den König. Aber doch nicht. Wenn du den König hast, dann komm gleich rüber damit. Was willst du? Wollte mich kennen? Was war das denn? Also eine Viertelstunde geht die Runde immer und wir haben nach 13 Minuten Rest. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir schneller vier Punkte zusammen. Da will ich immer zu uns. Okay. Boah, da stellen sich immer welche von meinen Pfeilen. Ey, 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 ey. Alter. Gut, ich auch kommen. Alter, wenn ich jetzt aufhören will. Ich hab gar keinen Hulk Smash. Was ist das für ein Scheiß? Uh, komm mal. Oh, oh. Ich hab erstmal eine Wand gemacht hier. Oh, oh. Ich bin gleich tot. Hey. Irgendjemand hat mich auf den Kuh gepackt hier. Hol mich mal schnell einer. Was? Hau ihn mal um hier. Ich hab noch ganz wenig Herzen. Ey, der hat mich. Jawohl, schnell weg hier. Ja, renn. Schnell weg. Schnell. Wollen alle den König. Ja, ich weiß nicht, wie sie so schnell da hochgekommen sind. Ich war doch hier oben und da standen noch so viele Rute um mich rum. Nein, ich bin gleich tot. Ich hab grad so viele Pfeile. Nein. Mensch, kann ich nicht. Andere irgendwie den Leader spielen. Warum muss ich das sein, ne? Hier hinten bleiben das für mich zu blöd. Ich muss kämpfen. Das liegt mir im Blut. Wenn. Ah ja, stimmt. Du nimmst ja auch. Jetzt hab ich hier Baba Zabbix. Der steht neben mir. Der will mich hauen. Mann, ich hatte ein Stacks Pfeile. So viele Leute hab ich gekippt, damit ich so viele Pfeile bekomme. Och Mann. Wenn die mich jetzt holen würden und rüber leben. Aber ihr müsst ja mal den Anführer von denen holen. Ja, versuch ich doch die ganze Zeit. Aber alle aus meinem Team sind schlecht. Außer du. Oh, shit. Oh. Ich glaub ich mach mich mal unsichtbar. Ich hab erstmal ne Mauer gemacht hier aus dieses Zeugs. Wieso machen die die wieder kaputt? Was soll denn das? Nein. Nein, ich seh doch schon einen kommen da. Da kommt einer, da kommt einer. Pass auf. Nein. Hast du dich unsichtbar gemacht? Ja. Boah, schlau. Der kommt durchsichtige. Achtung, Achtung. Da unten. Den hol ich mir. Ja, ich hab ihn. Ja, hab ich gesehen. Doch, doch. Du bist ja hinten hin. Der überlebt das doch gar nicht. Boah, wie viele hier sind von den gelben. Warte, ich geh mal. Wieso krieg ich denn keinen Bogen und nix? Mensch, ich will mal. Können die nicht mehr tauschen? Am besten müsste ich einmal rüber. Die müssten mich einmal holen. Ja, ich hol mal grad den. Ja, hol mal den Anführer kurz. Ja, ich hab. Sag mal, ich hab eine Tasse Kaffee für ihn. Ja, sag ich mal. Ja, ich werd einfach mal meine FPS-Rate mal einblenden, weil viele haben gesagt, ja, kann ich angehen. Während der Aufnahme hatte ich grad 300, ja, fast 300 FPS. Nicht schlecht, ne? Alter. Ich hab nur insgesamt 139. Ja, je nachdem, wie man Minecraft einstellt. Ich lieg jetzt bei 311 FPS, 326, 330 und das während der Aufnahme ist schon nicht schlecht, ne? Okay, ich bin grad bei den Feinden. Wenn mich jetzt noch einer fragt, womit ich aufnehme, dem erziele ich das na klar nicht, weil das ist ein Geheimnis. Ja, jemand hat den King von uns. Ne, ich bin doch der King. Also ich meine von den Feinden. Da kommt ein Gelber, Achtung. Leute. So, jetzt haben sie mich. Wie hat der mich so schnell gekriegt? Hat der dich jetzt? Ja. Oh, oh. Aber wir sind grad bei denen in der Base und ich bin gleich tot. Nein, ich bin tot. Ah, jetzt hat er mich. Da kommt ein Roter, der muss... Kill ihn doch, Mensch. Jawohl. Ja, wir haben einen King. Wir haben einen King. Ja, dann bloß weg. Ich komm jetzt auch. Ich hab wieder ein Schwert. Wir haben einen Punkt. Renn zurück. Okay. Bin ich immer noch der Anführer? Ja, du bist immer noch der. Oh, das ist doch... Ich seh's schon. Ich hab keine Waffen, ne? Das ist blöd, ne? Kaum bin ich drüben, hat mich schon wieder einer. Ich bin noch nicht mal drüben gewesen hier. Was? Ja. Schon. Hier, in den Tunnel rein. In der Seite rechts. Komm alle nachher hier. Ja, ich beeil mich mal. Den krieg ich doch nie. Ach, Schildi. Mach ihn platt. Bist du das? Nein, also ich komm grad angelaufen. Scheiße, der hat mich. Ich bin schon halb im Weg. Da kommen noch mehr Gelbe. Die helfen ihm, na klar. Aber egal, dem... Ja. Hahaha. Leute, ich bin auch hier, dass ich hauen kann. So ist das nicht. Weg? Na? Schläckst du sie? Natürlich schlag ich die. Da oben bist du, da oben bist du. Ja. Scheiße. Und ich bin grad nur einen dummen Weg gelaufen. So, ich hab ihn jetzt auch mal gehauen. Jetzt komm ich wieder zu unserer Stelle zurück hier, schnell. Ja, renn zurück. Ich komm. Ich bin schon dabei. Also, ich bin auch grad in der Höhle. Ich bin schon dabei. So. Ja, renn. Renn. Die sind hinter dir. Renn. Echt? Hinter mir? Ja, nee. Die sind von uns. Die sind von uns. Ich wollt grad sagen, sonst schmeiß ich hier einfach so ein Nest, hätte ich beinahe gesagt, hin. Oh, oh, da kommen welche. Wo? In der Höhle. Ein Mädchen. Ich seh nix. So gekillt. Aber warum muss ich immer der Anführer sein? Ich mein, gut. Ich bin der Älteste, wahrscheinlich hat das Sagen hier. Aber. Ne? Aber das ist jetzt scheiße, ne? Ja, das ist ja mal kacke, weil ich geh jetzt einfach hier und kill die. Ich hab keinen Bock hier hinten zu bleiben. Weiß schon, sie können sofort rechtsklick machen, ne? Scheiße, da sind sie schon. Oh, renn. Ja, ja. Wenn ich denn wegrenne, so wie da der Gelbe, der will hier rein. Pass auf, was er jetzt macht. Wo ist er? Da ist er. Hat er mich gesehen? Der wird einfach in der Mauer hängengestellt, der kann ja nix machen. Man hat doch diese Nester. Alter, wurde der grad verprügelt. Ja, der hat auch so eine Nester. Ja, ich hab auch welche. Hallo, jetzt hab ich dich eingefangen. So. Ich hab ein unsichtbares. Ach Mist. Ey, du geh weg. Niemand will dich... Scheiße, wo kommt der denn her, hier? Och nö. Dennis kommt zurück. Der hat mich. Bist du? Speedboost! Underground hat mich. Ich komme, ich komme. Der ist schon bei der Brücke. Hahaha, Hilfe. Ich hau ihn grad ab. Ich hau ihn, aber es bringt ja nix. Jetzt hat er Hilfe von seinem Kumpan. Scheiße. Ja, nicht desto trotz, ich werd ja... Nein! Oh, jetzt bin ich gleich drüben. Alter, nein! Ich sag mir, die Fährsrate hier. Na ja, geht so. Wieso kennt ihr denn da drüben nicht? Zeigt ihr noch das Wahnsinn? So, hört mich drüben. Alles klar. So Leute, jetzt gibt's Ärger, weil jetzt bin ich kein Anführer mehr. Bin ich hier? Aber ich bin bei denen. Ich bin bei denen in der Basis. Und dann waren die bei uns hier. Bin die bei uns? Nein! Puh! Du bist der Anführer, hab ich gesehen. Ne, bist du nicht. Nein. Dann lass uns mal hin, die Killner. Jetzt bin ich endlich hier. Ich bin einfach raus. Killer Nummer one. Aber jetzt gibt's heiße Brunnen zum Frühstück, Freunde. Jetzt gibt's Ärger. El Master vor mir. Ja, renn rüber, renn rüber, los! Ja, und wir killen die Gelben, pass auf. Rennt rüber! Alter, wie sie wegrennen. Ja. Da oben sind zwei. Ich renn zurück. So, den hab ich auch. Das sind zwei. Den Punkt haben wir. Wo oben? Ja. Warte. Ja, Alter, die kommen hier alle. Nein! Alter, der König muss beschützt werden. Achso, der steht da oben. Oh, das ist schlau. Mist. Das ist schlau. Manchmal kommt das mir vor, die haben irgendwie ganz andere Schwerter als wir. Nein! Da kommt schon wieder so eine gelbe Socke hier. Wer? Macht sich unsichtbar. Scheiße! Pass auf, der macht sich unsichtbar hier. Komm schnell zurück! Wo denn? Ach, da. Bei unserer Base. Ja, ich nimm mal Speed und dann bin ich ein bisschen schneller. Nein! Schaff ich nicht, schaff ich nicht. Der hat auch Speed, glaub ich. Warte, ich mach mal Speedboost. Alter, der killt das Mädchen nicht. Und die steht vor ihm. Hab ich ihn? Hast du den King? Nee. Oder? Nee, hab ich nicht geschafft. Nein! So, jetzt kommen die gelben hier in unsere Richtung. Die sind durchsichtiger. Da muss ich erstmal... Da steht das 2-2. Hier kommt doch so ein anderer. Nein! Da steht 2-2. Da müssen wir sehen, dass wir die noch irgendwie erledigen können hier. Oh Mensch, ich krieg den gelben nicht hier. Der hakt immer so, wenn er läuft. Der leckt hier, der eine. Boah! Alter, was für ein Rage ich gerade hatte. Das war Arschwollnummer. Hier, gelbe. Jawohl, jetzt haben wir 3 zu 2. 3-3? Wir haben 3 zu 3. Nein, 2-3. Nee, 3-3. Nein, 2. Bei mir steht 2. Bei mir steht 2. Bei mir steht 2. Stimmt, wir haben 3. Haha. 4,5 Minuten noch. Ja. Ich finde, das kann ruhig mal taften. Da steht aber 2, 3. Ja, 2 haben die Indianer und Cowboys haben 3. Also wir haben einen mehr. Ja. So, wo ist unser... Die müssen wir beschützen. Wo ist er, unser King? Ach, ich renne einfach rüber. Ja, und wenn die hier rüberkommen... Ja, ist jemand unsichtbar? Ich bleib lieber hinten. Achso, da oben. Nee, da sind ja genug hier. Die beschützen unseren King. Jo. Da oben sind sie. Wieso habe ich keinen Zoom mehr hier, Leute? Was fände du los? Ach, du Scheiße. Da kommen auf einmal 3 und ich sehe es nicht. Gott. So. Alter, du weißt schon, da sind Feinde überall, ne? Ja, aber ich gucke ja schon. Da sind zwei gelbe. Muss ich auch mal hingehen, ne? Mal ein bisschen helfen hier. Haben die schon geschafft. Okay. Okay. Die kommen wahrscheinlich aus dem Tunnel. Hier, aber... Ein Durchsichtiger hier? Was hier? Hallo? Ja, ein toter Durchsichtiger. Hier unten ist ein roter, der kämpft im gelben. Da kommt ein gelber gleich. Ja, der ist auch hin. Ja, der ist hin. Ja, komm, das schaffen wir. Da war ein gelber in der Ecke. Sollen wir durchgehen? Also ich gehe gerade über die Brücke. Ich laufe an der Seite lang, zu den Janer rüber. Auch. War noch nie... Also als ich das zum ersten Mal gespielt hatte, war ich noch nie King. Echt nicht? Ich bin immer... Fast immer, wenn ich da reinkomme, bin ich der King. Und ich finde das schon langweilig langsam, weil... Warum eben ich? Ich meine... Vielleicht mögen die dich. Als King. Naja. Das Spiel, ja. Das wählt ja automatisch aus, wer das wird. Ach du Scheiße, wie viele mich angreifen. Nein! Ich bin tot. Ich bin bei den gelben drüben. Echt? Ja. Komm auch hier zu rüber, Speed. Ich mach mir mal durchsichtig und jetzt rüber hier. Noch ein paar in die Pfanne hauen hier. Der sieht mich doch gar nicht. Wir haben gewonnen, ne? Oder? Das schaffen wir. Oh, zu Gott. Oh, zack. Ist er umgeflogen hier. Ich komm mal mit zur Brücke hin hier. Die gelben kommen jetzt zu uns rüber. Ich helf mal. Weil wir... Ja.